Halli, hallo und herzlich willkommen zu einem Haul. Ja, ich mit einer H-Klammer hier. Ja, ich habe geschafft, meine Shoppingverhältnisse im Bereich Drogerie, High-End und so weiter ein bisschen im Griff zu halten. Es kommt noch, es ist was bestellt, unterwegs und so weiter und sofort, aber trotzdem, ich habe nicht mehr so viel gekauft. Also ich habe gesehen, von Anfang des Jahres ist jetzt nur noch ein Haul gekommen und hier habe ich nur noch eine Tasche. Was ich noch zugesetzlich gekauft habe, sind Klamotten und Schuhe. Viele Schuhe. Ja, aber Hauptsache ich bin glücklich. Ich zeige euch, was ich jetzt gekauft habe. Es ist Drogerie, soweit ich weiß und ich glaube etwas zugeschickt und schau mal rein. Ich habe Always Discreet bei Blasenschwäche gekauft. Die werde ich natürlich als normale Slip-Einlagen benutzen. Gab es glaube ich Cashback oder so und deswegen habe ich die geholt. Ich kann mir nicht mehr entweder Gas 50% oder Cashback und jede Menge bla 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 zusätzliche Sachen. Ich habe zwei Rollen, wie soll ich das machen soll. Ich tue es hier auf meinen Tisch und ich aufzerlaufe. Dann kann ich da reingreifen und dann ist das Schluss mit Lernen. Packband habe ich von Rossmann gekauft. Kaffe ich immer von Rossmann 60 Cent und die brauche ich immer, weil ich verkaufe auch Sachen, die ich nicht benutze, gebrauchen kann. Klamotten, Schuhe und so weiter im Kleiderkreisel. Von daher brauche ich immer Paketband und ich kaufe auch die kleine Thesea für Etiketten. Ich habe mir diese Zahnpasta von Dorn Tordent gekauft von DM. Shiny Gold für glänzende weiße Zähne mit echtem Gold. Bin gespannt, wie die so ist. Das war auch die letzte Tube und immer wenn ich letzte Tube irgendwo sehe, dann muss ich es nehmen. Ich weiß nicht, das ist eine Kopfsache. Letzte Tube nehme ich immer mit. Ja und dadurch jetzt, okay, dadurch, dass ich im Bad Sensordine gerade leer mache, nehme ich das gleich mit. Verpacken schmeiße ich so weg. Ich habe gekauft ein Trockenshampoo Isana Bubbles bei die Fische. Ich habe auch zweimal Seife davon. Mal schauen, wie das ist. Ich benutze sehr sehr selten Trockenshampoo, aber manchmal meine Haare sehen noch gut aus abends und ich sage, okay, tue ich Haare waschen am nächsten Tag. Am nächsten Tag klebrig oder nicht klebrig. So, wisst ihr, ne? Und dann jetzt um 6 Uhr in der Früh tue ich keine Haare waschen, weil ich muss schnell in die Arbeit dann. Trockenshampoo. Mir reicht eine Tube zwei Jahre. Dann habe ich, Gott sei Dank, Yves Saint Laurent Black Opium habe ich zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank von Yves Saint Laurent. Ein Lieblingsduft. Ein Lieblingsduft. Ich habe nicht viele Lieblingsdüfte. Ich habe viele Düfte, die ich mag. Und ja, der ist aber ein Lieblingsduft. Zusammen mit La Viabelle, mit Olympia und mit Ultraviolet von Paco Rabanne. Dann hat mich ein kleines Paket von Lancome wieder erreicht und noch ein Serum. Den tue ich auch raus und stelle ich es gleich im Bad, weil ich habe gerade was in Benutzung, wo das Serum leer geht und dann werde ich das auch nehmen. Die Inhaltsstoffe sind leider nicht so gut bei diesem Serum. Wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt eine Ampulle benutze, dann möchte ich vielleicht wieder, also zusammen wenn schon mit einer Mini-Creme von denen, so 15ml Creme oder so, und dann möchte ich eine Pause. Dann merke ich, dass dieser Serum etwas Gutes für meine Haut tut. Aber wenn ich, sag mal, ein Jahr lang das benutze, ich übertreibe, weil ich habe nicht so viel Serum da, dass ich das ein Jahr lang, aber ich habe genug da, dass ich mindestens zwei Monate benutze, dann Pause, dann kann ich wieder zwei Monate nehmen. Und was ich sagen will, eigentlich, ich würde es nicht nur benutzen, benutzen, weil das sind bedenkliche Inhaltsstoffe. Ich würde nicht zu viel davon nehmen, sozusagen. Es ist so, als würde ich, keine Ahnung, irgendetwas essen, also Fett zum Beispiel, was nicht unbedingt mega gut ist. Also man macht eine Keto-Diät, ein bisschen Fett ist gut, aber übertrieben Fett ist nicht gut. Von daher so ungefähr als Vergleich. Aber ich freue mich, dass ich das wieder zum Testen da habe, zum Benutzen. Ich habe wieder für meinen Mann Far Dark Passion gekauft. Immer wenn es in Angebot ist und ich in der Drogerie bin, kaufe ich es. Das ist ein Lieblingsduft Sandelholz und ich liebe noch von AX gibt es eine mit Leder und noch etwas Leder. Ja, lecker. Also ich kaufe es immer wieder nach. Ich besorge die Duschbühle nicht nur für mich, aber auch für meinen Mann und für den Kleinen. Dann hat mich Batiste überrascht. Also überrascht, ich rede Blödsinn. Ich habe bei so einem, war das Gewinnspiel? Oder ich habe mich einfach beworben, um eine Probe zu bekommen. Und endlich habe ich auch eine Probe. Ich glaube, ich bin die Letzte, die Batiste Trockenshampoo testet. Ich glaube, alle haben das getestet. Ich nicht. Ich habe noch nie ein Batiste Trockenshampoo gehabt. So, landet glaube ich gleich in ein Wartezimmer. Ich habe dann zwei Sun Tzu Isana Masken. Ich sage euch, dieser Haul ist, glaube ich, ja für die letzten zwei Monate oder so. Von daher sind auch ältere Produkte, die wahrscheinlich nicht mehr auf dem Markt gibt. Die habe ich gekauft, weil es gab, ich glaube nicht, die gab es für 20 Cent oder so. Und die habe ich mitgenommen. Diese LE oder diese Reihe ist ein bisschen älter. Ich weiß überhaupt nicht, ob die noch gibt. Tuchmaske, Korean Hydration Solution mit Ginseng, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Dann, noch ein Duschgel von Fah habe ich geholt. Kick-Off, aquatische Minze. Ja, ich konnte in dem nicht riechen. Riecht gut. Doch, es riecht gut. Es riecht gut. Gefällt mir. Ich kenne diesen Duft nicht, weil, wie gesagt, ich konnte nicht daran riechen, weil Maske und so. Dann habe ich Palmolive Man Energizing mit Magnesium und Zitrusöl. Es gab wieder, keine Ahnung, wie viele Punkte auf Palmolive. Ja, riecht aber nicht so intensiv wie die Fah. Ja, ich habe mir dann auch ein Duschgel von Palmolive gepült. Da Punkte, opala. Ich habe mir nachgekauft, seit sehr, sehr, sehr lange Palmolive Naturals, Olive und Milch. Das ist einfach ein sauberer Duft. So putzig, sauber, weich, sauber. Einfach sauber, richtig gut. Dann Isana Shampoo Stärkung und Aufbau. Ich benutze sehr wenig Spülung und noch weniger Haarkur letztens, weil ich merke, meine Haare brauchen das nicht unbedingt. Die sehen besser aus, wenn ich nur Shampoo nehme und vielleicht einmal jede zwei, drei Wäsche Kur oder nicht Kur. Ich habe Kur seit langem nicht mehr genommen, Spülung, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, das ging aus dem Sortiment, glaube ich, sehr günstig zu ergattern und ich habe es mitgenommen. Why not? So, mein Sohn hat sich gekauft und ja, tatsächlich hat er sich gekauft, weil ich wollte es nicht mitnehmen, weil ich weiß, er benutzt sowas nicht. Aber dadurch, dass es, es gab diese Aktion in DM, kaufst zwei Pediprotect Produkte und du kriegst so ein Plusch Pediprotect, na, Pinguin. Und mein Sohn wollte, Pinguin, 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 und ich habe gesagt, ey Kumpel, ne, doch, 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 und okay, bezahlst selber außer in Taschengeld, ja, okay, dann gut. Und ich habe für ihn, also ich habe rausgesucht, weil ich weiß, Bodylotion gab es, glaube ich, noch und Handcreme, das wäre für mich dann, weil Bodylotion benutzt der junge Mann nicht und Handcreme auch nicht. Wenn er kaputte Hände hat, kriegt er von mir was und ich habe gedacht, okay, dann muss ich was nehmen, was er auch benutzt. Und zwar einmal zwei in eins Shampoo und Waschlotion, also Duschgel und Shampoo benutzen wir immer. Und diese Schaumseife, was er benutzen wird. So. Dann habe ich für mein Mann noch ein Palmolive Mint Sport with Grapefruit und Mint Oils. Kenne ich auch nicht. Hm. Ja. Riecht lecker. Aber riecht irgendwie... Ne, riecht ein bisschen, ähnelt mir an den hier. So. Dann. Ich habe auch für den jungen Mann ein BioStar Shampoo Shower. Hat er sich rausgesucht? Darf er natürlich, warum nicht? Ich schaue was, 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 was. Ich habe Zahnseite, die habe ich nachgekauft. Also unsere ist fast leer und habe gesagt, okay, ein Backup muss da sein, unbedingt. Deswegen habe ich es nachgekauft. Ich habe bei Amazon bestellt, weil ich wurde von der Liebe For Nature I Care, For Nature I Care, oder? Ja. Angefixt. Sie hat, also, fangen wir mal von vorne. Freeman Gesichtsmasken, Peelingmasken. Ich habe die mit Gurke gehabt vor 20 Millionen Jahren. Ich glaube, vor 15 Jahren oder so, wenn nicht sogar länger. Und die fand ich cool. Und damals gab es sie nicht zu kaufen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen. Nach ein paar Jahren habe ich die wieder gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Und? Dann habe ich einfach vergessen, habe nicht mehr gesucht. Notino hat die und Amazon. Und ich habe mir in Amazon so ein Zweierpack. Ich habe schon von der anderen Tube bereits so viel benutzt. Das Geilste ist, die wird fest, aber nicht so fest wie die anderen. Ich finde aber trotzdem, dass die viel rauszieht. Also man sieht es und man merkt, okay, meine Haut ist reiner. Ist nicht so aggressiv. Trotzdem tut viel rausziehen. Und die gibt es bei Amazon für 5 Euro etwas. Und ich meine, die war ein Duo, also es war ein Duo-Bag, deswegen habe ich die genommen. Ich werde es, ja, ich werde momentan keine nachkaufen, bis ich mindestens eine Tube davon aufgebraucht habe. Aber ich finde es richtig gut. Aber ich möchte auch von den anderen Sachen noch etwas aufbrauchen. So, dann habe ich, ah, es war in einem Magazin, Cosmopolitan glaube ich, eine Probe von Thierry Mugler Alien. Geil. Und eine Probe von Benefit Bad Girl Bank Mascara. Habe ich noch nicht probiert. Freut mich. Oh, Backofen. Amen. So, weil ich habe etwas im Backofen, aber ihr dürft gerne mit. So, dann, ich werde das Video nicht schneiden, weil das ist normal. Mein Sohn hat sich beide Farbe geholt und zwar einmal Rot von Sauber und einmal Grün von Sauber. Dann habe ich Sensordine Pro Schmelz Mineral Boost gekauft. Es gab hier einen Sticker. Man hat es zurückgeschickt und, äh, zurückgeschickt, also an die Firma geschickt und Geld zurückbekommen. Habe ich auch getan. Und Sensordine ist richtig gut sowieso. Dann gibt es Sale by Essence. Und ich habe mir ein paar, aber nicht viele Sachen. Und zwar einmal habe ich diesen Tintant Primer geholt. Ich kenne es nicht. Und habe gesagt, okay, geht aus dem Sortiment. Mindestens soll ich es testen. Dann eine Loose Fixing Powder in Nude. Ganz hell gab es nicht, aber Nude, denke ich, wird mir passen. Zumindest so Frühling, Herbst. Dann habe ich mir zwei von diesen Dinger gekauft. Eins, 49, for your beauty. Einer ist sowieso irgendwo. Ich weiß nicht. Und eine andere Farbe hängt hier. Ich habe mir von DM für 70 Cent Aroma Handcreme Kokos & Lavendel. Die nehme ich in die Arbeit gleich, weil ich habe keine Handcreme mehr in die Arbeit. Oder ich habe, nee, ich glaube, ich habe keine mehr in die Arbeit. Nehme ich mit. Dann habe ich ein Essence Stay Lip Liner in Waterproof in die Farbe 07 Honest. Das ist ein ganz dunkler Rot. Zwei Nagellacke und zwar Essence Pretty Fast Nail Polish 40 Second Express Drying. Das war so ein separates Aufsteller und ich mag diese Farbe sehr gerne im Sommer. Von daher habe ich es mitgenommen. Und die hat mich sehr angesprochen. Das ist so ein Nude Pink Marsala Farbe oder wie das hieß. Sunset Lover heißt das. Dann habe ich so ein Liquid Lipstick Stay 8 Stunden Matte in die Farbe Down to Earth. Das war aus dem Sale. Eine 100% Volume Mascara Mega Lash von Rival Loves Me. Ich glaube, die ging aus dem Sortiment. Macht nicht auf, weil ich mag Netzsachen aufmachen und dann nicht benutzen und dann trocknen die aus. Ich habe es mir nachgekauft. 3,5% der Goof Proof Brow Pencil, weil ich finde ihn richtig gut und 3,5% ist meine Farbe. Ich habe es im Kleiderkreisel gekauft. Der ist unbenutzt, wurde angefixt von der liebe Sarah. Beautiful Olympian auf Instagram. Sie hat mir so eine Probe geschickt. Genauso eine, aber nicht in glänzend, sondern in matt Silber. Und das ist in meinem Projekt und das ist so geil, das Teil. Deswegen musste ich ein Backup sichern. Und die Dame hat sehr günstig auch diese Smashbox Kali Kiss Highlight & Blush Palette. Und deswegen habe ich so, okay, Smashbox habe ich nur Lidschatten probiert. Deswegen freut mich. Spiegel und so schaut die Palette aus. Und jetzt kommt, ah! Und das war es dann. Ich muss zur Türe gehen. Und das war es mit meinem Haul. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart.